Hallo Leute und Willkommen zu diesem Vlog. Es geht los. Ja man, mega geil. Es geht jetzt los, Leute, ab in die USA. Ich stehe noch in meinem Zimmer, mach gerade das Fenster zu. Und ja, wie geil ist das denn? Wir fahren jetzt zum Bahnhof und dann fahren wir zum Frankfurter Flughafen und dann geht's ab in die USA. Ja, bis später Leute. Ciao. Ja, bis später. Jo Leute, wir sind jetzt hier am Flughafen, haben gerade die Koffer abgegeben. Also ja, und wir gehen jetzt durch dieses Ding da, wo man so untersucht wird und so. Und ja, wir sehen uns nachher im Flieger. Bis dann Leute. Ciao. Jo Leute, ich bin etwas überbelichtet. Wir sitzen jetzt hier bei McCafe und sehen die Flugzeuge starten und landen. Es ist mega cool und ja, es dauert noch ewig bis wir losfliegen. Warte, warte, wie viel Uhr haben wir jetzt? 12 oder so. Ich habe zwar mein Handy, aber ich bin gerade so faul draußen heute. Naja Leute, wir sehen hier Flugzeuge halt starten und landen. Kann ich vielleicht auch nochmal zeigen. Aber ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, aber wenn ein neues Flugzeug startet oder landet, dann kann ich ja mal gucken. Bis dann Leute. Ciao. Jo Leute, wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle durch. Ähm, jetzt dauert es noch ewig bis wir ins Flugzeug gehen. Das ist richtig bescheuert, aber ich hasse das beim Fliegen. Aber das wird schon wieder. Leute, wir sehen uns nachher dann im Flieger, wirklich. Bis dann, haut rein Leute. Ciao. Hallo. Hallo. Untertitelung. BR 2018 Wir sind jetzt in Island am Flughafen und unser Flug war zwei Stunden zu spät, deshalb ist der Anschlussflug nach New York schon weg. Jetzt müssen wir eine Nacht in Island bleiben und das ist etwas kacke, die Stimmung ist etwas unten. Aber naja, kann man nichts machen. Ein Tag weniger in New York, naja. Okay, wir wären jetzt sowieso angekommen, hätten nicht mehr viel gemacht, aber trotzdem. Und ich denke, das war's von diesem Vlog, von dem ersten Urlaubstag, in Anführungszeichen, wo wir gereist sind. Wir sehen uns dann morgen, Leute. Auf der Rhein. Ciao. Untertitelung. BR 2018